Hallo Leute, bevor das Video anfängt, das eigentliche Video, habe ich noch hier eine kleine Ansage zu machen. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass ich auf jeden Fall auch ein PvP-Video mit Queenie machen möchte. Daran habe ich jetzt gearbeitet, deswegen kam gestern auch kein Video. Und ja, kann ganz eventuell sein, dass morgen auch kein Video kommt, wegen Ostern und so weiter. Bin dann halt außer Haus. Und ja, ich denke aber, dass ich das dann am 4.4. online bekomme. Das heißt, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich habe euch auch schon einen kleinen Schnipsel mal rausgeschnitten aus dem Video. Das heißt, ich zeige euch jetzt den kleinen Schnipsel, danach kommt das Intro und danach fängt das Video an. Und wie gesagt, 4.4. voraussichtlich, nicht fest, aber voraussichtlich, kommt das Video. Also könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, dann viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Let'sPlayMeTeam2.de Pryos. Ja, wir sind mal wieder in Vasopilami drin, wollen ein Oster-Video machen. Und ich habe mir gedacht, ja komm, machst du nochmal ein paar Eier auf. Und zwar dieses Mal habe ich mir gedacht, wäre vielleicht ganz nett, wenn ich einfach zweimal 45 Eier farme. Und jeweils alle drei Wellen aufnehme. Das heißt, sechs Wellen a 45 Eier. Das sind nach Adam Riese 270. Ist ja auch egal. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Hier habe ich noch ein paar andere, die werden wir dann in der zweiten Welle sehen. Da hat der Sehenschein, komm, wir lesen den einfach eben mal. Verzauberte Rüstung. Und erfolgreich, yay. Ja gut, ja. Kann man auch noch was anderes in diesem Video machen. So, fangen wir mal an. Wow, wow, wow. Okay, gut, dass ich dran gedacht habe. Ey, ich habe keinen Bock auf drei Stacks von irgendwelchen Sachen. Oh man. So, Consis. Granat-Apfelsaft. So, ja gut. Dann haben wir alles, was gestackt werden kann. Und wir machen jetzt weiter. Ich mag das eigentlich, wenn man alles aufmacht und dann nachher dann gucken kann, was drin war. Ja, neben sieben Consis, vielleicht ist ja eine dazugekommen. Das finde ich persönlich ganz nett. So. Die haben wir schon. Und oh, sehr viele Zen-Bohnen. Vier Consis, alter Falter. Ja, doch. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, wir haben noch fünf Wellen vor uns. Also, bis gleich. So, willkommen zur zweiten Welle. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an hier. Wie vielen haben wir angefangen mit... Warte. Ja, mit elf. Haben wir schon eine Consi bekommen. Also mit elf Consis haben wir angefangen hier. Äh... So. Machen wir ja mal direkt weiter. Also ich muss sagen, das Oster-Event gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Wird auch noch ein Video kommen, wo ich zeige, wie ich farme und so weiter das Ganze dann auch live kommentiert. Okay. Drei Consis. Drei magisches Eisenerz. Drei Zen-Bohnen und zwei blaue Perlen. Blaue Perlen ist ganz gut. Also, ne? Ja, doch. Und ja. Wir sehen uns bei der dritten Welle wieder. Bis gleich. So, und willkommen zur dritten Welle. Jetzt machen wir hier die Zauber-Eier fertig. Und ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier haben wir zwar nicht mehr viel Platz, aber die Eier verschwinden ja jetzt. Äh, und von daher können wir jetzt mal kommen. Klicken wir einfach mal hier durch. Ach ja. Viele haben gesagt. Ne, Quatsch. Das sage ich jetzt besser nicht. Okay, da haben wir anscheinend eins vergessen. Da kann man jetzt sagen, wir, weil ihr wisst schon. So, 15 Consis haben wir bisher. 60 Granatapfelsaft. Ach, ja. Hier, Zinwasser haben wir fast 200 voll. Simwasser, 150. Dockwasser, 75. Und Sambowasser mit Verteidigung, 144. Ja, gut. Das ist ein bisschen was. Aber, ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal auf die Lauer. Kann jetzt ein bisschen was dauern, bis ich wieder 45 zusammen habe. Aber ich habe hier ja schon ein paar. Also, aber das werdet ihr ja alles gar nicht mitbekommen. Ich gehe jetzt wieder farmen und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder 45 Eier voll habe. Bis gleich. So, willkommen zu den neuen Eiern. Das klingt irgendwie falsch, aber ist egal. Ich habe zwar gesagt, ich sammle 45, aber äh, äh. Das sind 45 und 1. Wow. 46 Zauber-Eier. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Machen wir wieder so blind mal. Und ich sollte vorher, verdammt. Ah, dass ich sie jedes Mal vergesse. Jetzt habe ich drei Stapel Consis. Fuck. Ja gut, aber ja gut. Zwei Stapel sind ja eigentlich relativ dann wegzubekommen. Dann kann ich auch noch hier einfach so was kurz ins Lager. So, Granatapfelsaft auf jeden auch noch. Und dann haben wir alles, was sich stacken kann. Stellen wir uns wieder so schick hier neben X-Fossi. Fast schon Tradition, wa? Gut, dann gehe ich nochmal die ersten durch, auch wenn wir die schon haben. Und dann geht es direkt wieder weiter. Ich weiß sogar gar nicht, ob ich hier auch noch eine Welle dahinter hänge. Weil ich wollte erst mal so zwei, drei Videos machen, wo ich keine Oster-Methine farme oder irgendwas aufmache. Sondern, ja, wieder ein bisschen was Normales für die Leute, die das halt nicht interessiert. So, und Sim-Wasser. Ja, da haben wir jetzt fast schon 200er Stacks. Vier Zen-Bohnen, eine blaue Perle, drei magisches Eisenerz und ich glaube, eine Konzi. Ne, zwei. In dem Lager liegt ja auch noch eine. Oder hatten wir 15. Auf jeden Fall haben wir jetzt 18 Konzis. Das ist so ein bisschen, ne? Eigentlich ganz gut. Denn der hat ja auch noch hier ein paar FWs zu lesen. Ich kann eigentlich mal Drachenwirbel wieder lesen. Und ja ja gut ähm Ansonsten ja doch, Konzis kann man immer gebrauchen. Auch wenn es nur ein Nebenscheiß ist. Die kann man ja lagern. Und ja Ich würde sagen, wir sehen uns bei der zweiten Welle wieder. Beziehungsweise bei der fünften. Bis gleich. So Fünfte Runde. Und wir fangen direkt mal an hier. So Ich hatte jetzt nicht sonderlich viel Platz. Auf der zweiten Seite äh Da sind halt noch ein paar Pots und so. Aber falls das runterfällt, dann können wir ja noch was fallen lassen. Also das ist ja nicht das Problem, ne? Das ist nicht das Problem. Ich hoffe, dass ich jetzt alles durch habe. Ach komm Machen wir nochmal hier ganz flott. Nur damit wir nicht wie letztes Mal noch ein Ei übrig haben oder so. So Scheint aber dass ich alles durch habe. Und hier Und wir haben jetzt 21 Konzis Ja gut Äh Das ist auf jeden Fall ganz nett, ne? Und wir haben den ersten 200er Stapel voll mit Zinnwasser. Ja gut Zwei blaue Perlen Zwei Sennbohnen Ein magisches Eisenerz, ne? Oh Okay Dann haben wir gerade extrem viel Young bekommen, glaube ich Aber naja Wir haben noch eine Runde Und Da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich So Die letzte Welle von den Eiern hier Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an Können hier dann sogar hier oben anfangen Dann sind die schon mal weg Wie schon Konzis haben wir angefangen? 21 Haben wir schon was bekommen? Nö? Dann machen wir hier mal weiter Wollte ich gerade sagen, haben wir doch wieder ein Ei vergessen So Diesmal haben wir aber wenig Eisenerz bekommen Oha 26 Konzis haben wir bisher Alter Falter Dann noch die 3 im Lager Hehehe 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 Ja gut Ähm War es das für dieses Video? Ich weiß es nicht Ganz vielleicht Ich denke aber eher nicht Äh Fahre mich nochmal ein paar oder so Und hänge die hinten dran Wie gesagt, ich wollte mir für das Video hier Zeit lassen Ähm Und noch was anderes bringen Dass nicht mein Kanal jetzt total zugespampt wird Von Ostervideos Ähm Und Ja Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben Auf einen anderen Char Um euch mal zu zeigen, wieviel magisches Eisenerz ich bisher habe Also da werde ich auf jeden Fall einen fetten Apartment machen können Äh Ich glaub das hier drauf Das ist mal Ja Ein Char gewesen, den ich auf 20 gemacht habe Für die Ähm Ähm 20er Truhen Ich hoffe ihr habt das Video auch schon mal gesehen Und da schreibt mich jemand an Ah jo Also mir schreibt gerade jemand auf xfossi Ich schreib dir mal Du bist Live Seht ihr zwar gerade nicht Aber wenn er was interessantes schreibt Dann Dann Lese ich das auch vor Alter Falter Den Namen kann ich aber Hallo Apo schreibt er Ja Wie heißt der Axe Temptatin Oh man Ja Keine Ahnung Das hier ist kein magisches Eisenerz Sondern zwei magische Steine Ha ha Und Ja Also ihr seht 15 15 20 25 30 33 Magische Eisenerz haben wir jetzt schon Also Wenn da mal kein fetter Äh Apart wird Dann weiß ich auch nicht Blaue Perlen Haben wir jetzt langsam auch ein paar Denn Der Fächer Das Video habe ich gestern hochgeladen Muss ja auch noch hoch Also mein Dämonen Fächer Und ich denke mal hiermit Könnte das eigentlich ganz gut gehen Ich hoffe es zumindest Aber naja Ich würde sagen das war es dann für dieses Video Wie gesagt ganz vielleicht Ganz ganz vielleicht Packe ich hier noch ein paar Osamitine dran Aber ich denke es eher nicht Also von daher sage ich Das war es für dieses Video Gerne bewerten Gerne kommentieren Und ansonsten Gerne wenn ihr Video Wünsche habt Gerne in die Kommentare schreiben Und ja Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung Ich bin raus Bis denn Grüße Fossi